Moin Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Beast mit was ganz Besonderem heute im Glas. Modlatsch. 11 Jahre old. Vintage. Das kann doch wohl nicht sein. Schlechter Part von mir. So muss das sein. So muss das sein. 48,2 Volumenprozent. Das gute Ding wurde von Signatory abgefüllt. Und zwar in einer besonderen Serie. Ich glaube Vintage war es. Small Badge oder sowas. Und ist First Fill Oloroso plus Ex-Bourbon. Das Schöne an dieser Serie ist, dass man theoretisch für einen halbwegs fairen Euro noch tolle Abfüllungen bekommen kann. Aber ob die wirklich toll sind, so wird es natürlich angepriesen, das werden wir jetzt hier untersuchen. Wie schmal ist denn der schmale Euro? In diesem Fall um die 70 Euro. Sehr schmal. Sehr schmal. Da findet man eine Flasche für. Find das erstmal. Aber wichtig ist ja erstmal noch ein kleiner Fun Fact. Viele Mitarbeiter sagen, dass es spukt in der Destille. Da kannst du ja nur drüber lachen. Da kann ich nur drüber. Nein. Was interessant ist und deswegen ist mir es auch besonders wichtig, weil ich meine, das ist wie ein gefährliches Halbwissen. Man spricht von der 2,81 Destillation, weil so viel wird im Schnitt das Destillat hier destilliert. Was? Wie soll das denn funktionieren? Zum Schnitt. Also bei Springbanken habe ich es auf dem Schirm. Weil man hier wird es halt dreifach destilliert, bei manchen halt nicht. Und es gibt sechs verschiedene Brennblasen, wenn ich halbwegs richtig das noch vor Augen habe. Und dann gibt es eine ganz spezielle Reihenfolge. Da gibt es auch eine ganz spezielle Brennblase, die nennt sich die Wee Witchy oder so ähnlich. Was ist das denn für ein Müll? Du, es ist so, wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne hier in die Kommentare und klärt dir auf. Ich dachte, das ist nervig. Nee, aber es gibt ja auch Destillationen. Springbanken hat 2,5, ne? Ja, also manche machen dann halt, dass sie einen Teil des Stoffs zweifach destillieren, einen anderen Teil dreifach. Dann kippen die das zusammen, den Bums. Da gibt es ja noch und nöcher. Es gibt auch Destillen. Da kannst du das gar nicht so genau sagen, ne? So in deinen Springs ist ja auch sowas. Ich meine, da hast du halt eine besondere Brennblase mit einzelnen Ebenen zwischendurch, wo das immer mal wieder sich absetzt, runtertropft und neu verdammt. Ich meine, wie oft hast du das denn destilliert, ne? Ja. Also ganz ehrlich, tausend. Wichtig hier nochmal beim Destillat selber, bin ich mal gespannt, ob wir das gleich rausschmecken, aber Mörtlach. Mörtlach. Mörtlach, ja. Mörtlach, da ist die Besonderheit jetzt hier nochmal speziell, dass die Fermentationszeit relativ kurz im Schnitt ist. Wir sind hier so knapp über 50 Stunden. Ist das Standard? Riechen wir mal. Also Standard? Mein Standard ist länger. Mit diesem Wissen gönnt ihr meine Nase. Weißt du was über die Fässer? Ja, die Zuschauer auch. Alle bis auf dich. Nase 11 Jahre. First für Ex-Oloroso. Da kommt auch die angenehme, schöne Farbe. So, was sagt das? Die angenehme, schöne Farbe kommt da auch her. First für Ex-Oloroso und Ex-Bourbon. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, weil er ist relativ süßlich. Für so ein Oloroso. Und dann kommt das von Boben fast. Das ist für die Nase. Du bist ja für ein schlechtes Paar zuständig. Deswegen darf ich dir mal kurz loben. Gut verheiratet das beides. Das gefällt mir. Ich finde auch, er hat einen schönen Geruch. Alkohol kommt ganz leicht durch, aber wirklich minimal. Ansonsten ist es eine schöne Brise. Und so eine Süße, die dann reingeht in so eine Fruchtigkeit. Tolle Aromatik. Honig. Der dann irgendwie mit so einer heißen, warmen Kirschsoße getoppt wurde. Ja, Kirschwanille. Es ist fast wie dieses rote Grütze mit Vanillesoße. Ja, das ist gut. Das ist gut. Geil. Das ist es. Vielleicht auch so ein bisschen habe ich gerade grünen Wackelpudding, komischerweise. Waldmeister. Ja, riech mal. Das ist Waldmeister. Riech mal. Riech doch mal. Sehr gut, okay. Klassiker. Slansche. Slansche. Ich wollte auch kurz. Mord nach elf Jahren. Kommen wir zum Fazit. Nein, also ich finde ihn relativ mild. Erstmal so am ersten Antritt. Und dann kommt, tja, was kommt da? Honig? Schon? Mit so einer gewissen Würze, aber Kräutrigkeit, nicht Würze, Kräutrigkeit. Leicht vanillig, also schön, aber hat so ein bisschen was von so einer herberen Seize der Vanille. Schwierig. Also mich erinnert das am ehesten so an, es gibt so eine Tabakmarke, die raucht mein Schwiegervater. Und das ist so eine Zigarillomarke, die so ein bisschen mit Vanille versetzt ist, irgendwie habe ich das Gefühl. Da erinnert mich das dran. Also so eine Vanille mit einer herben Aromatik dahinter. Schön kräuterig, leicht süßlich. Er hat auch hier wieder so einen leichten, verbrannten Aromen, die vom Holzfass kommen. Als wenn es angetrostet wäre. Aber ich finde ihn echt gut. Ich finde, also rund ist eigentlich das falsche Wort, weil er springt jetzt nicht, aber er entwickelt sich schon von A nach B, von Bourbon zum Cherry halt. Aber irgendwie konstant. Also es ist wirklich gut zu trinken. Wirklich, ja, Chapeau. Muss ich auch sagen, das ist ein tolles Ding. So langsam entfaltet sich auch die Nase immer mehr. Also jetzt geht es so ein bisschen auch, ich würde sagen, in so eine leicht säuerliche Richtung. Vielleicht so ein bisschen apfellig. Nettes Teil. Er hat auf jeden Fall mehr Schärfe jetzt im Geschmack. Und der Abgang, würde ich auch sagen, nimmt das mit. Diese leichten Pfeffearomen. Und ist auch hier wieder mittellang. Vielleicht sogar hin zu so leicht langanhaltend. Also da hat man was. Ich bin überrascht. Da hatten wir auch schon deutlich schlechtere Vertreter, was das angeht. Also der kriegt diese Mischung halt wirklich perfekt hin. Zwischen Cherry und zwischen Bourbon. Richtig geil, muss ich sagen. Hat auch so im Mundgefühl. Gleichzeitig ein bisschen leicht ölig vom Cherry. Gleichzeitig aber ein bisschen flüssig, ein bisschen vanillig. Richtig schön süffig. Echt geil. Da kommt auch immer mehr raus. Also ich würde jetzt sagen, ich würde unterstellen, der hat jetzt nicht ewig viel Tiefgang. Aber trotzdem, da kann man echt noch ein bisschen was rauskitzeln. Auch gerade so, was die Cherry angeht. Da kommt jetzt immer mehr und mehr. Ich bin überrascht. Also ich kenne jetzt das Verhältnis nicht zwischen Bourbon und Cherry in dem Fall. Aber das gibt sich echt gut die Waage. Ich muss sagen, für das Preisgefühl, in dem man sich bewegt, richtig positiv überrascht. Wollen wir den mal benoten? Können wir Noten geben? Mordlach, elf Jahre. Du fängst an. Ich tue mich noch schwer damit, wo ich ihn am besten finde. Ich glaube im Geschmack sogar. Also in der Nase, da gebe ich ihm 86 Punkte. Im Geschmack gehe ich mal hoch auf eine 88. Spielt aber auch der Preis mit rein. Also ist jetzt nicht die Granate schlechthin, aber für den Preis wirklich gut. Und im Abgang, da gehe ich mal auf eine 85. Abgang finde ich tatsächlich am schwächsten von den ganzen Komponenten. Aber rundherum gelungen. Ich sehe es in Müh anders. Ich finde die Nase am besten. Und dann geht es bei mir so bergab, sage ich mal. Aber auch auf einem hohen Niveau. Ich versuche meinen Preis jetzt gerade noch nicht einzubeziehen. Bin ich so bei 86, 85, 84. Und beim Preis mit drin? 100. Und ich bin, glaube ich, einen Punkt mehr geben überall. 100. 100 Punkte, ja. Nee, also insofern. Aufgerundet. Ja, aber ganz leicht nur. Wir hatten ja gesagt, um die 70 Euro ungefähr. Ja. 0,7. 11 Jahre Mordlach. 2,81-fach destilliert. Vintage-Abfüllung von Signatory. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehren und sagen, Barrowbees, nein. Ja. Da bringt er einfach ein bisschen noch zu wenig mit. Aber für mich Kaufempfehlung. Ja, 100%. Kann man gut machen. Ja. Das ist ein guter Griff. Also, muss ich sagen, wurden wir auch am Anfang ein bisschen angeteasert. Das Signatory hat hier abgeliefert. Bei der speziellen Abfüllung. Kann man auch immer mal noch Sachen, ein bisschen Noten entdecken. Also, ganz nett. Schönes Ding. Ein leichter, fortgeschrittener Anfänger-Whisky, würde ich sagen. Ein leichter, fortgeschrittener Anfänger-Whisky für Profis. Die. Ich finde, der tut es einem wirklich nicht schwer, da Sachen zu finden. Der verlangt einem jetzt nicht viel ab. Nee. Der ist echt bekömmlich. Ja. Der kostet auch nicht viel Geld. Also, wenn man jetzt so gerade seine Glenfiddichs und so durch hat, seinen Delmos-Standard und so weiter. Easy. Fühler ausstrecken. Ja. Das hier ist so der nächste Schritt mal. Kann man gut machen. Tolles Ding. Schön. Gut. Alles klar hin. Dann würde ich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Bleibt uns gewogen. Tschüss. 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 Tschüss.